Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Levelguide für Storyteller. Heute machen wir Kapitel 7, Kronenintrige 3, Kronräuber. Als erstes haben wir die Königin, die wird dann anschließend vom Baron getötet. Der Ritter wird dafür dann königt, weil die Königin ja tot ist. Dann wirft der Baron den Ritter von der Klippe und zum Schluss wird der Baron zum König ernannt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ihr mich sehr über einen Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschömedö.